Hi und cool, dass ihr wieder da seid. Wir schauen uns heute die Gleichungen der Photosynthese und der Zellatmung an. Also fangen wir direkt mit der Photosynthese an. Wie ihr vielleicht wisst, benötigt man für die Photosynthese CO2 und Wasser. Das sind die beiden Ausgangsstoffe und mithilfe der Energie der Sonne werden diese beiden in den Chloroplasten zu Glucose und Sauerstoff umgewandelt. Hier seht ihr jetzt die Ausgangsgleichung. Alles was nun noch fehlt, ist die Menge der einzelnen Stoffe und das sieht so aus. 6CO2 plus 6H2O wird umgewandelt in C6H12O6 und 6O2. Für die Zellatmung sieht das Ganze übrigens genau gleich aus, nur in die andere Richtung. Hier wird nämlich in den Mitochondrien Glucose mit Sauerstoff abgebaut. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Video helfen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr Videos zum Thema Biologie sehen wollt. Stellt eure Fragen gerne in den Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, gutes Lernen und Tschüss.